Ja, Christoph, schön, dass wir uns hier zusammensetzen können. Was machst du? Ich bin Projektleiter bei der Pentadoc. Wir leiten große Projekte, speziell im Bereich Migration, also Migration von Anwendungen oder auch Migration von großen Datenmengen, überwiegende Versicherungen, aber das können genauso gut auch große Unternehmen im privaten Bereich sein. Welche Veränderungsprozesse werden dadurch angestoßen? Wenn ein Unternehmen eine Migration durchführt, dann sieht zunächst mal das Unternehmen natürlich, dass sich eine Technologie ändert. Also wir haben noch sehr, sehr alte Post-Technologien, Mainframe-Technologien und der Zug, wo es natürlich hingeht, ist die Google Cloud. Das ist das, was zuerst gesehen wird. Aber man muss sich auch überlegen, was da dahinter steht. Wir haben Teams, Teams, die ein Softwareprodukt, ein Kernprodukt in diesem Unternehmen erstellt haben. Das ist ihr Baby und dieses Baby wird jetzt zu Grabe getragen. Und das ist natürlich eine Veränderung in diesem Unternehmen, die ganz wesentlich für dieses Team ist. Auf der anderen Seite braucht man genau dieses Team, um die neue Software ins Leben zu rufen, um diese neue Software auch später mit einer ganz hohen Stabilität im Unternehmen einsetzen zu können. Und das ist natürlich ein Veränderungsprozess, wo man dieses Team auch genau mitnehmen muss. Das heißt, die Menschen, die beteiligt sind, sind nicht nur relevant für den Prozess, der gerade da ist, sondern auch für den neuen Prozess, der kommt. Welche Herausforderungen habt ihr in diesem Umfeld? Es sind auch hier zwei Herausforderungen, die man nennen muss. Zum einen, der Mensch muss natürlich jetzt auch für dieses neue Produkt stehen. Weil nur wenn er für das neue Produkt lebt und für das neue Produkt steht, wird es auch so sein, dass er ein Produkt entwirft und ein Produkt mitgestaltet, das später für die Stabilität auch wirklich nutzbar ist, die man braucht, um das Unternehmen weiterzuführen. Auf der anderen Seite hat man ja auch den Punkt, dass diese Menschen eine Doppelbelastung haben. Das sind ja Produkte, die oft ganz, ganz geringe Ausfallzeiten haben dürfen, maximal zwei Stunden am Tag. Das heißt, sie müssen das alte Produkt aufrechterhalten, ohne es weiterzuentwickeln und gleichzeitig ein komplett neues Produkt in der gleichen Stabilität entwickeln. Damit hat man natürlich, ich nenne es mal so zwei Schichten, in denen man arbeiten muss, aber man kann als Mensch ja nicht deswegen doppelt so viel arbeiten und das wird oft auch in dem Unternehmen nicht gesehen. Das heißt, wir haben eine große Veränderung in dem Produkt selbst, eine große Veränderung wahrscheinlich auch in der Zusammenarbeit und gleichzeitig den Druck, dass das System immer weiter laufen muss. Genau. Wie geht ihr mit diesen vielen Herausforderungen um? Ja, ich als Person, ich bin natürlich der Techniker. Also ich kann dafür sorgen, dass eine neue Technologie aus einer alten Welt in eine neue abgeleitet wird, wie man auch diesen Weg beschreitet, in diese neue Welt ohne Ausfall zu kommen, sodass wir wirklich kontinuierlich oder den Mitarbeiter kontinuierlich weiterarbeiten können. Meine Kernkompetenz ist es aber nicht, dass ich genau diese Mitarbeiter auf diesem Weg mitnehme. Und da nehme ich halt die Kollegen von der Pentadoc, die entsprechend genau diese Kernkompetenzen haben mit ins Team und die versorgen oder betreuen den Kunden von dem ersten Schritt bis zu dem Punkt, dass das neue Produkt eingesetzt wird. Wie kann das dann konkret aussehen? Konkret sieht das so aus, dass wir zuerst in der Voranalyse bereits uns überlegen, welche Kompetenzen brauche ich außerhalb von meiner eigenen in diesem Bereich für das Team, um das Team entsprechend aufzubauen. Und in den einzelnen Schritten, also in dieser Umsetzung selbst, da ist es so, dass wir auch dann das komplette Team auch mit betreuen, also dass sie diesen Veränderungsprozess verstehen, dass das Team diesen Veränderungsprozess mit gestalten kann, aber auch, dass die Gesundheit der Mitarbeiter wirklich erhalten bleibt. In großen Projekten ist es ja heute schon fast üblich, dass es gesundheitliche Ausfälle gibt, weil einfach die Belastung durch die Mitarbeiter nicht mehr getragen werden kann. Und das genau machen meine Kollegen. Wie die das machen, das kann ich nicht sagen. Ich bin der Techniker und ich bin auch froh, dass ich das nicht machen muss. Christoph, ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn das eigene Baby zu Grabe getragen wird, wirklich auch große Widerstände entstehen bei denjenigen, die das entwickelt haben. Wie geht ihr damit um? Also diese Widerstände, die sind eigentlich von der ersten Minute an da und diese Widerstände wirken sich ja dahin aus, dass Menschen natürlich lieber das alte System nochmal weiterentwickeln als das neue, was ja kontraproduktiv ist und auch dahingehend, dass die Produktivität natürlich dann immer geringer wird, weil man natürlich auch nicht unbedingt in dem Projekt mit weiterarbeiten will. Es geht nun darum zu verstehen, zum einen mal die Transparenz, warum machen wir das überhaupt? Es gibt ja einen Grund und der Grund ist ja meistens absolut korrekt und legitim. Es geht ja darum, dass man Technologien ablöst, die zum Beispiel nicht mehr durch die Mitarbeiterschaft die Nachfolge getragen werden kann. Deswegen ist es wichtig, dass zum einen die Mitarbeiter verstehen, dass warum dieses Produkt abgelöst wird. Das zweite ist, sie müssen auch in diesem Prozess integriert werden. Am Ende muss es so sein, dass sie ein neues Baby erschaffen haben, auf den wieder der gleiche Stolz da ist, wie sie vorher bei dem anderen Produkt hatten. Und dann wird es auch zum Erfolg. Wann merkst du bei dir in den Projekten, in deinen Teams, dass das wirksam ist, was die Kollegen da einbringen? Es ist ja sehr oft so, dass genau dieser Punkt vom Kunden nicht vom ersten Moment an mit raufgebucht wird. Also, dass wir es zu einem späteren Zeitpunkt reinkommen. Und man merkt es ganz deutlich dahin, dass eine andere Stimmung im Thema ist und auch natürlich, dass eine ganz deutlich höhere Produktivität dadurch entsteht. Vielen Dank für deine Eindrücke. Gerne.